Oh mein Gott! Ey, ihr habt jetzt noch eine Minute Zeit. Boah, Didi, du hast keine Chance. Ich hab ein bisschen Versteck. Ich mach jetzt bei euch Sturm. Egal, wie viel Jokos du hast. So, 23 Minuten noch. Äh, Minuten sag ich. Ah ja. 18 Sekunden. 10 Sekunden gleich. Ich komme gleich. Ey, wo sind aber hier die Waffen? Ich hab keine Waffe. Ey. Ey. Wieso hab ich keine Waffen hier? Ach, jetzt. Okay. Ich komme. So, was geht ab? Albus kam wieder am Start. Heute spielen wir suchen und verstecken. Hier mit paar Abonnenten. So, ich komme jetzt, ne? Nicht mehr bewegen. Hin und her. Wer den Bock hat, können wir einen Sonntag alle zusammen zocken. Ganze Abonnenten können reinkommen, wer Bock hat. Schreib in die Kommentare auf jeden Fall, wer Bock hat mitzuzocken. Ich komme jetzt. Ah ja. Hier. Okay. Mein Helikopter ist keiner. Ey, was machst du hier? Welcher hab ich gefunden? Hä, wo war der? Ich hab ihn gar nicht gesehen. Der war einfach da im Busch. Ich wüsste, er hätte sich nicht bewegt oder getanzt. Ich hätte ihn gar nicht gesehen. Okay. Okay, den haben wir. Ist hier jemand? Okay. Hier ist keiner. Okay. Ah, ja. Ich rieche hier was. Irgendwas rieche ich hier. Irgendwas rieche ich hier. Ah. Wusste ich doch. Ah. Du dachtest, ich finde dich nicht, he? Hä, Digga. Komm raus. Ich hab dich gesehen. Ihr habt euch selber verraten. Warum fragt ihr mich, ob ihr in den Teich könnt? Guck mal. Dachtest du, ich krieg dich nicht. Komm mal raus, Junge. Du verliest meine Zeit. Mann, du blödes Arschloch. Komm her. Wo bist du? Du versteck dich nicht. Ey, komm her. Das ist unfair. Du verlierst meine Zeit. Ich hab dich gefunden. Junge. Geh weg. So, alle die gestorben sind, sollen wir da draußen warten. Da bei... Eine Ecke da, wo ihr stimmt. Genau da stehen bleiben. So. Noch drei, ne? Okay. Ist hier noch einer? Okay. Wie ist noch keiner? Ah, ja. Beim Tennis hier? Beim Tennis sage ich, das ist Basketballplatz, aber okay. 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 Dann ist der Rest safe im Holz. Okay. Wow. Wo die geile Verstrecke hier. Okay. Ah, Alter, ich bin direkt im Haus, okay. Ah! Ah! Einer tanzt. Ah, ich weiß wo der Rest ist. Ich weiß wo. Ihr habt euch jetzt alle verraten. Hättet ihr das mal lieber nicht gemacht. Ah! Ah! Ich hab dich! Ich hab dich! Wo bist du? Hä? Hä? Okay, ich weiß wo du bist. Ist hier noch einer? Ist hier noch einer? Okay, Digga, ich hab dich. Weil du denkst. Ich weiß nicht wo du bist. Da hast du dich getäuscht. Ja, okay. Hier bist du. Ich hab dich. Ich hab dich. Das war's komplett. Ich hab dich. Hä? Hä? Ich dachte ihr seid hier. Hä? Digga, wie sollte ich euch finden? Oha. Okay. Digga, wie? das ist ein Kerner. Hä? Komm ich nicht aufnehmen. Ja, die ist da. Okay, ich glaub ich weiß wo. Hä? Digga, was? Okay. Ah, ich hab dich. Ich wusste es. Ich wusste es doch. Komm runter. Komm runter. Wie hat das extra gemacht? Hey, wie bist du aber da hoch? Komm, hier, ne? Ne. Ah ja, von Seite gesprungen, ne? Ich wusste es, ich wusste es. Nur noch zwei, ne? Komm, die anderen zwei. Jungs, wir müssen noch ein bisschen Tipp geben. Tanz mal einmal, Sonst wird das ein bisschen schwer hier. Einmal tanzen. Sag mir nicht, du bist auch da. Hä? Ja, er ist auch da. Das war es komplett. Safe, er ist auch da. Ach so. Okay. Ah, geil, dicker. Hör auf, abzauern. So, einer noch. Ey, den letzten, komm. Wo ist der? Ey, du musst mir Tipp geben, bro. Tanz mal einmal. Oha, du bist bestimmt komplett irgendwo draußen. Tanz mal. Hör auf, du bist auch. Hä? Du musst tanzen, so wird es schwierig. Digga, wo bist du? Hä? Hä? Tanz mal! Hä? Wo ist der? Ja? Der tanzt nicht, der macht nichts. Wie soll man das so schaffen? Hä? Ich hab doch überall geguckt, ne? Hä? 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 Wo ist der? Gib mal ein bisschen Tipp. Ah, okay. Im Haus bist du auf jeden Fall, okay? Hä? Ich habe doch hier überall geguckt. Hä? Hier war ich doch schon. Ah, ey. Digger, ich war doch hier schon. Ich habe aber nicht richtig geguckt. Oder sie hat sich bewegt. Okay, das war es. Ich habe alle gefunden, oder? Hä? Noch drei? Hä? Nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sech, sieben, acht. Hier sind ja noch welche, oder? Hä? Ah, ja. Ich komme. Hä? Ich dachte, das... Hä? Digger, wartet mal. Hä? Ich dachte, nur noch eine, hä? Nee, nee, nee. Noch zwei. Nee, noch zwei, ja. Mit mir, drei. Draußen, safe. Irgendwo. Hä? Digger, ich war doch hier schon. Hä? 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 Alter! Sag mir nicht, du bist hier drinnen. Shit! Oh, shit! Oh, shit! Du hast so einen versteckt, Digger. Geil, ich wüsst dir. Obwohl ich dich schon mal. So, nur noch einer, ne? Aber wo? Tanz mal, tanz mal, tanz mal, tanz mal, tanz mal. Eine Minute habe ich schon. Höö, tanz mal, tanz mal. Hä? Ich glaube, du tanzst. Aber ich weiß nicht, wo. Chat, gib mal Tipp Einfach Tipp, drinnen oder draußen Drinnen oder draußen Er tanzt auch nicht Das ist ein bisschen schwer Draußen Okay, da muss doch irgendwo hier sein Digga, du musst mir tanzen Tanzt mal ein bisschen, ja Hier? Ne Oh oh, 39 Sekunden noch Oh ne, Mensch, warte ich denn los hier Nein, 30 Sekunden Hä? Oh nein, 16 Ey, da, wo bist du? Hä? Hä? Ich war doch hier Oh no Okay Scheiße Zeig mal kurz dein Versteck, wo du warst Ja? Lass mal alles kurz erneuern machen Zeig mal kurz dein Versteck Ich will das jetzt sehen Ich muss kurz alle auf laut machen Du 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 musst mir jetzt dein Versteck zeigen Warte ich mach kurz Das ist wieder alle auf laut Die Texte muss ich hier bei den Verbändern stellen Hier bei der Tür, den wir nicht gefunden haben Alle mal hier drunter, also nur der Gewinner Warte ich kurz